Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level Per Day. Heute haben wir Marius Open World Version 1.1 von Ice Robbie Ray bzw. Ice Ice. Sechs Leute haben es geschafft von 72. 20 Leute haben sich dran versucht. Die sechs Sterne sind denke ich mal auch von den sechs Leuten und wir schauen jetzt rein, was uns erwartet. Im New Super Mario Brothers U-Style in Marius Open World Version 1.1. Das nenne ich jetzt nicht Open. Hmm. Das hier ist ein Plus. Der nutzt hier sehr viele Plusse. Wow. Den nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wann man so einen gebrauchen kann. Den nehmen wir jetzt doch nicht mehr mit. Der kommt nämlich sonst raus. Ah, da wäre jetzt ein Gumba drin gewesen. Den hätte ich mir auch schnappen können. Kommt hier was raus oder nicht? Ach, da kann ich rein. Äh, das ändert so ans Klassische. Ist da was drin? Scheinbar nicht. Nein, ist nix drin. Und wo kommen wir jetzt schon wieder raus? Fakt ist, ich muss durch irgendeine Röhre. Okay, hier ist nix. Also optisch ist es schon mal bis auf der Anfang und der Thumbnail schön gestaltet. Oh, verdammt. Ich glaube einfach nur mal, dass ich es mitnehmen muss. Ich weiß es gar nicht. Schön ist auch, hier gibt es ein Leben. Okay, hier muss man lang. Den haut er um. Ah, nein. Den warten wir ganz kurz ab. Ich möchte nämlich da den Pilz haben. Danke. Hier gehen wir rein. Aber wir gehen eigentlich wieder zurück, ne? Oh, nee, nein. Da komme ich nur mit einem P-Switch durch. Was haben wir da? Okay, eine Feuerblume akzeptiere ich. Nehme ich gerne zur Kenntnis. Komm raus. So, also. Da unten hatten wir jetzt den Gang. Ich glaube, da kann ich hoch. Ich schaffe das. Haha. I did it. Äh. Okay, gut. Also, hier können wir jetzt irgendwo lang. Aber was bringt uns das? Das brauche ich auch nicht. Da komme ich raus. Hm. Nein. Okay. Muss ich da jetzt rüber oder nicht? Nein. Das war so. Nein. 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 Das schaffe ich doch niemals. Halt. Was haben wir da? So. Dann mal ein Pilz. Na, super. Ein Leben. Das ist schon mal gut. Also, er hat wirklich hier an alles gedacht. Okay. Hier war die Tür und hier bin ich nach oben gegangen. Dann gehen wir jetzt hier mal durch die Tür. Ein P-Switch. Das Problem ist nur... Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Den brauche ich jetzt woanders. Den muss ich jetzt heile durchbringen bis zum Ziel. Das Ziel ist hier unten. Bam. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. Will ich denn da oben lang? Ja, ich will da oben lang. Aber was will ich da? Schiebt der ein P-Switch? Ach, das ist auch nix. Durch da. Yay! Oh, yeah. Mario time. Good. So. Wieder ein Level geschafft bei Super Mario Maker. One Level per Day. Heute von IceRubyRay. Mit Marios Open World Version 1. Und wenn ihr genauso geile Level habt, in der Kommentarfunktion könnt ihr ein Level da lassen. Ihr könnt ein Level da lassen auf Facebook oder Twitter. Oder wenn ihr alle von den sozialen gar keine... An denen gar kein Interesse da habt, ja? Dann schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link für eure Level. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. 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 Das war's für heute.